1, 2, 1 ... Ich habe mich letztes Dezember an der Hand verletzt. Dann habe ich schon viel Musik gemacht. Aber dann, wenn ich durch die Kreuzbandkrise im Februar war, war ich die schlimmste Verletzung, die ich je hatte. Und ich war so, das kann nicht sein. Etwas ist gegen mich jetzt in diesem Welt. Ich glaube, ich habe so gerne Musik, weil es genau wie Snowboarden für mich ist. Wenn ich zum Beispiel etwas habe, kann ich durch meine Tricks oder wie ich Snowboard fahre, ausdrücken, was ich zu den anderen zeigen würde. Und die Musik ist genau das Gleiche. Er kam in der ersten Liste mit den Crutches und den Band und alles. Und es ist lustig, weil nicht lange bevor ich hatte, habe ich einen Ski accident. Wir hatten etwas in common. Es war wie Parallels. Es ist kein secret, dass Musik in vielen Kulturen ist. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht ein Doktor, ob das hilft, dass er physische Heilung ist. Aber wenn es ein Mind-Body-Connexion ist, ich denke, dass er wirklich in Kontakt mit seinem Deepest-Self ist. Wir haben hier ein paar Songs zu kommen. Wir haben hier ein paar, ich denke, ein sehr guter Beispiele. Es ist wirklich sehr spannend, ihn zu sehen und zu sehen. Und es ist eine Art der Perspektive, die Idee, dass es nicht unbedingt nichts zu tun, sondern etwas zu tun. Aber es ist dieses Thema, dass es etwas junges zu sehen, die Fähigkeit zu haben und es zu sehen, und es zu sehen, es zu sehen. Ich mache so viel wie ich kann in beiden Berichten, dass ich einfach nicht zeigen kann, dass ich falsch gemacht habe. Ich kann einfach alles geben und wenn es im Snowboarden klappt, dann ist es super. Wenn es im Main nicht klappt, dann habe ich es gleich gemacht. If I had a gun on my hand, I was probably gon' turn around. Untertitelung. BR 2018 You'll probably see a Pat who's still the same Pat who does what he does, but maybe just has more purpose and has more substance to what he does, you know? And I'm sure people are going to be just as surprised to see him off the slope and on the stage. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.